Yo Leute, ich bin's wieder. Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir Mad-Monsters-Menschen beendet. Und ich bin hier schon hingegangen um den Schalter zu aktivieren. Beg mir aber einen Scheiß. Beg ich gerade. Ist da hier oben nicht noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier muss doch auch noch irgendwas sein, oder? Ach, da ganz oben. Da komm ich doch nicht so hin, oder? Irgendwie muss doch noch ein Schalter sein. Aber hier ist nichts mehr, oder? Fliegen kann ich nicht. Die Dinger hier kann ich nicht kaputt machen. Oder? Wie? Nein! Lass mich in Ruhe. Aha, aha. Sag, nee, ich krieg das so kaputt alles. Nein! Nein! Ich trotte! Da oben muss... Wow! Ey, das gibt's nicht. Ich darf nicht mehr so viel dummes Zeug machen. Komm, nimm die Leben. Und nochmal hoch. Boah, wehe Sicht. Bebe, 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 bebe. Ah, da ist noch einer. Der magische Kessel ist aktiviert. Ich bin jetzt zwei gleichfarbige. Okay, den hab ich noch nicht. Aber hier oben ist, glaub ich, nix mehr, oder? Na doch. Achso, zum Fliegen, glaub ich. Zum Fliegen? Kann das? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oder hier hinter? Ne. Wow! Weil ich auch nicht irgendwie genug habe, oder so. Ähm, ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Äh... Seit dem letzten Part, ungefähr. Das war... Vor drei Tagen. Schon echt lange. Und Megaman hab ich auch schon... Muss ich auch nur noch einen Part aufnehmen. Oh ja. Da wird noch sehr viel Scheiße werden. Scheiße rauskommen. Nicht Scheiße werden. Das Spiel kann nicht Scheiße werden. Das geht nicht, das geht nicht. Komm, jetzt fliege ich ein bisschen. Na toll, dann hätte ich das ja schon vorher machen können. Schnell! Nee, 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 nee. Nein. Oh, nee! Ey, wie schnell muss man denn da sein? Ey, ganz im Ernst. Ich mein, ich... okay, ich hab... ich hatte einen kleinen... Fehler gemacht. Aber sonst... Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Sicht? Ja, komm. Hab ich schon wieder vergessen oder was? Ich glaub, so ist man schneller, oder? Boah. Boah, war das knapp. Ich... Wie... Wie... Was bringt das hier? Nix, oder was? Aber nur zum Fliegen. Was ist da oben? Ein Buselteil, hippie! Ja. Ich will jetzt aber gucken, was da ist. Kann doch nicht einfach nix sein. Einfach nur zum Fliegen, oder? Wow. Eine goldene Feder. Ich weiß grad echt nicht, was ich jetzt machen müsste. Ein Schalter fehlt mir. Neue Stadt, äh Stadt. Neue Welt fehlt mir. Der magische Kessel ist aktiviert. Okay. Oh Gott. Äh. Ja. Im Ernst, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Hier gibt's den. Dann geh ich mal wieder zurück. Hm. Hm. Den Kessel hab ich aktiviert. Ja, okay. Den einen hab ich nicht, noch nicht. Okay, ja. Den neuen Dings hab ich aktiviert, glaub ich. Und da ist auch noch einer. Ich glaub, sonst. Ja, den kann ich jetzt aktiv benutzen. Ja, nee. Ehrlich. Okay. Hallo. Die Abkürzung erspart viel Lauferei. Ab in den Kessel. Okay. Na, dann nicht. Dann teleportier ich mich mal. Dann werdet ihr das auch mal sehen. Ey, ganz im Ernst. Ich überleg mir gerade ehrlich, was ich machen könnte. Free CCP könnte ich jetzt machen. Komm, ich mach das jetzt mal. Wow. Jetzt haben wir die Schuhe. Jetzt können wir den auch besiegen. Eigentlich hab ich gesagt, wenn ich mal einen Putt schneller vorbei hab, dass ich das dann mache. Aber dann mach ich's jetzt einfach, weil ich nicht weiß, was ich machen will, soll. Ah, die muss ich... Nee, die hab ich ja schon angesammelt. Nee, hab ich gar nicht. Hey, Kumpel, wie wäre es mit einem Wettrennen? Mit A geht's los. Feige, B und drücken B. Zu Spiel reden ist ganz einfach. Flitze zwischen den roten Stangen hindurch und sei schneller als ich. 3, 2, 1. Lops. Dieses Mal gibt's keine Zeitangabe. Ja, treibt mich weg. Hey. Boah, ich dachte schon, ich hätte sie nicht getroffen, wenn sie gut gemacht hat. Boah, der ist viel schneller als ich. Ist gemein. Ja. Korrekt. 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 Bist du schlecht? Das macht keinen Spaß. Am Arsch, ey. Ich hätte gewonnen. Sei nicht so, wir waren noch ein Rennen. Ja, komm. Ja, ich drück schon A. B, du erklärst mir wieder die Spiele. Boah, strenge dich an, Kleiner. 3, 2, 1. Ah, gut. Da fehlt mir aber wirklich die andere Musik. Ey, der will mich immer abtreiben. Ich hoffe, mit springen bin ich auch noch. Genau. Ja, Gedanke. Ich bin... Ja. Ich hole dich noch ein, keine Sorge. Aber ich glaube, der fällt immer langsamer dann, ne? Ach, komm schon. Bist du schlecht? Das macht keinen Spaß. Ja, komm. Nee. Sei nicht so, wir fahren noch ein Rennen. Ja, komm. 3, 2, 1. Los. Ja, das wollte ich. Meine Oma ist da schneller als du. Nee. Also, wenn deine Oma schneller ist als ich, dann bist du ja noch langsamer. So, jetzt nicht das, bitte. Danke. Ja, der treibt mich immer ab. Was ist denn das? Ja, jetzt hat er eh keine Chance mehr. Außer... Ja. Mist, wieder verloren. Nimm dieses zweite Puzzleteil. Wo habe ich nur die Geschenke für die Kleinen verloren? Hä? Habe ich dir doch schon gegeben. Schluss. Du warst ein Vater, ey. Ganz im Ernst. Boah. Ich hoffe wirklich, ich habe das nicht zu laut eingestellt. Da habe ich immer so ein bisschen Angst vor. Ja, korrekt. Nein. Okay. War das hier? Nee. Nein. Oh. Nein. 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 Da war das Rennen. Okay. Dann gehe ich mal wieder zurück. Ich hoffe, es ist so. Dass er mir das Puzzleteil jetzt gibt wegen den Geschenken. Oder einfach, weil ich krass drauf bin. Kann auch sein. Buh. Wie fehlt ein Puzzleteil. Na gut. Dann gucke ich mal kurz. Bis gleich. So, Leute. Ich weiß jetzt, wie ich weiterkomme. Und wo der letzte Puzzleteil ist. Ich glaube, ich hatte der letzte gesagt. Ich glaube, es müsste das letzte, ne? Easy going. Einfach. Erstmal Leben holen. Oh, das war knapp. Flieg mal hoch. Hä? Ich meine, ich hätte ihn aber sowieso geholt. Da. Was ist denn das? Bei denen hätte ich mich sowieso nicht mehr daran erinnert. Aber ich hätte echt gedacht, da gibt es nur Leben oder so drin. Komm, ich fliege jetzt wieder zurück. Ich habe so ein Gefühl, dass ich keinen Bock habe, alle Noten zu sammeln. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin nicht so der Typ dafür. Ich meine, wenn wir ein Puzzleteil dafür bekommen würden, okay. Aber ich meine, dafür braucht man doch keine 100%, oder? Ja, 100% sind ja nur alle Puzzleteile. Noten gehören ja eigentlich nicht dazu. Oder schafft man bei Super Mario Bros. 100%, wenn du alle Münzen eingesammelt hast. Nee, 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 kriegt man nicht. So. Röp. Röp. Was? Röp. Oh. So, dann müssen wir wieder hier rein. Leider, leider Gottes. Nein, Quatsch. Zum Glück. Beste Musik, ganz im Ernst. Na komm. Der Part wird jetzt einfach so lange, bis ich, sag ich jetzt mal, vier Puzzleteile im nächsten Dings habe. Also, etwas längerer Part. Ist auch nicht so schlimm. Weil im Moment habe ich ja nicht wirklich viel erreicht. Drei Puzzleteile. Ja, und einen Kessel-Teleporter. Wow. Ist jetzt nix. Da ist ein Kübis. Ein Kübis müssen wir benutzen. Oh. Tschüss. Also, wir waren da schon, glaube ich. Ja, im letzten Part waren wir da. Aber dafür bräuchten wir den Kürbis. Hätte ich mir auch irgendwie denken können. Geh weg! Nein! Warum ist ein Kürbis schneller als... Das ist jetzt ne blöde Aussage, warum ein Kürbis, oder ne Frage, warum ein Kürbis schneller als ein Grabstein ist. Bester... Ne. Ah, verstanden. Das Spiel wird immer besser, ey. Lauft ins offene Messer. Oha. Ey. Lass mich... Lass mich... Biet in Ruhe. Biet in Ruhe. Dankeschön. Reicht das Wasser? Es wisse reiche Bier. Ist ja noch irgendwie was drin? Ich glaube nicht. Okay, was macht Momo Hunger? Ich mach Koch, top, fertig. Hat er das nicht vor zwei Parts auch noch gesagt? Sehnt er irgendwas? Ein lieb-b-b-b! Ja, komm, jappa! Gut. Hatte ich lange nicht mehr. Im letzten Part bin ich sogar gestorben. In der letzten Sekunde noch. Das war... Das wollte ich nicht. Das war aus Versehen. Okay. Okay. So. Da haben wir letztens auch noch was gefunden. Ja, komm. Und Kübis müssen wir hier hinten. Und dann nach rechts laufen. Ja, nach rechts. Okay. Das ist aber jetzt ein bisschen schwieriger. Als mit... Ich darf nie wieder springen. Was? Ah! Ich habe schon so viele Leben eingesammelt, aber es werden glaube ich nur neun angezeigt. meine ich zumindest. Einen Sheet oder so habe ich nicht benutzt. Und deswegen werden immer noch neun angezeigt. Das hatte ich... Das Problem hatte ich gerade auch. Also nicht gerade auch, sondern... Ich wusste, dass ich im letzten Part... Ja gestorben bin. In der letzten Sekunde. Und dann habe ich hier gerade neu angenommen. Aufgenommen. Hatte trotzdem noch neun Leben. Schweigebuch. Und zwar für immer. Sonst wird alles noch viel schlimmer. Hässliche Hexe. Du sollst schweigen. Ihr gebt auf dem Boden. Der Sandbruch. Der Code. Federn. Okay. Damit kann man rote Federn... Kann ich dann... 100... Federn. Haben. Komm. Meistens mit Skill hier. Jetzt falle ich nicht runter. Pfff. Oh. Okay. Fast. Ah. Komm. Mumbo. Oh. Das war wieder knapp. Mumbo komm. Ich weiß, dass dein Spruch gleich kommt. Mumbo Magie. Gleich aus. Gönn dir. Gönn dir. Zauber. Alle. So. Ach. Wir müssen den noch... Haben wir den nicht schon freigeschaltet? Oder was? Monster's Mad Mansion. Mad Monsters Mansion. So. Ich weiß es nicht. Ich hab... Nicht so gutes... Wie dich nicht. Aber hier muss es doch auch gestiegen sein, oder? Ja. Hier ist es auch gestiegen. Aber es muss noch höher steigen. Okay. Warte mal. Wie viele Welten haben wir denn jetzt? Was wood aus. Wir müssen.. Die Lautазung 2 place Mighty. Yes...